Okay, Chatrioiden, wie eklig seid ihr? Bezüglich der Tatsache, dass du gleich im Schock bist, mein Freund, nicht sehr eklig. Nein, also, was war das? Also, es geht. Sie gehen. Ich meine, der Erste ist sowieso gleich tot und von daher... Mal sehen, wie die ohne Schockzustand sind. Weil viel scheinen die ja nicht drauf zu haben. Na, sie gehen. So, Blitzschlag. Mach mal das mal ein bisschen besser hier. Wir versetzen den Kacker hier im Schock. Schon mal einer, der nicht mehr nervt. Und ich meine, der ist auch gleich down. Und dann nehmen wir uns den anderen vor. Ja, genau dich. Oh, eh. Eh, okay, das war eklig. So, Blitzschlag. Weiter auf den Einheizen. Schock. So, das war's schon. Okay, die gehen, also. Gibt Schlimmeres. Beziehungsweise, ich hab Schlimmer erwartet. Ja, wo soll ich jetzt lang? Da oben. Alles klar. Ah, komm her. Aber ich muss sagen, die Mana Games sind schwer im Schock zu versetzen. Sehr schwer. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Der Schockpunkt liegt nämlich bei die satten 400. Und das ist viel. So, jetzt brauchen wir grünen Chili. Die Mana muss ich heilen. Derweil schlagen wir weiter auf das Viech ein. Beim Wort Blitzfall muss ich auch irgendwie immer an Blast the Fall denken. Wer das kennt, Like. Ja, jetzt heile ich nicht mehr. Ich meine, du bist ja gleich tot. Die Attacke ist eklig. Die ist richtig eklig. Aber dafür bist du tot. Jawohl, ja. Unheilsfang. Whatever. Ich brauche, äh, Crystarium. Ja, Crystarium lohnt sich gerade ein bisschen. Ein bisschen, aber nur. Ha, ha, ha. Aber okay. Die Gegner hier im Taeginturm scheinen jetzt nicht, äh, die Welt zu sein, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, falls ich mich irgendwie aufleveln muss, mal. ATP Balken, ich komme näher. Dann werde ich das hier machen. Ruhiger. Wir haben endlich paar Tenderless Überattacke drauf. Also, wenn ich mich aufleveln muss, dann mache ich das hier. Weil das funktioniert ganz gut. Äh, Verteidiger. So, wenn ihr. Äh, Heiler. Vidra. Je größer der Tipeverlust, desto höher die Heilungsrate. Das war das, was, äh, wie heißt er? Sid Reigns hatte. Was ich überhaupt nicht mochte. Okay, Sas. Barack Obama. Augmentar. Hop. Die Hoffnung. Heil. Ja, du kannst jetzt ein weiteres Accessoire tragen. Schön, dass ich welche habe. So, was erwartet ihr uns hier? Engel. Oh, lecker, lecker, lecker. Ja, dann haben wir jetzt noch Fang. Äh. Äh. Verteidiger. Äh. Verteidiger. Was erwartet uns hier? Banga. Okay. Alles klar. Moment. Na. Inventar. Accesoires. Accesoires. Nein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Hast du an Komponenten? Unheilsfang. Alles klar. So, im nächsten Raum soll unser Ziel sein. Oh. Oh. Äh. Ah. Es. Das ist ein Scherz, ne? Ihr verarscht mich, oder? Was in... Was bist du? Oh mein Gott. Es ist der Überpudding. Ich hab Angst. Ich will nicht sterben. Hab ich Primitivschlag? Scheint so. Gigantine. Ich will nicht. Sofort den Schock zu versetzen. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hab keine Ahnung, was der Kacka drauf hat. So, jetzt machen wir erstmal Lebenssinfonie. Und heilen, was eigentlich nur zu heilen ist. Blitzschlag. So, weiter. Draufheizen. Okay, mein Freund, du bist mir eklig. Du bist mir viel zu eklig. Gigantine. Ich hab keine Ahnung, was der Kacka drauf hat. Eklig. Die Heiltränke sind so abartig nutzlos geworden inzwischen. Okay, du bist ein harter Zwischenboss. Du bist der stärkste Pudding, den ich bisher hatte, muss ich sagen. Respekt, Freund. Respekt, mein Freund. Grüner Trilliv. Das wird jetzt lustig. Jetzt ist der Schock weg. Wie viel hast du? Das ist ein Scherz, ne? Das ist ein Scherz. Äh, das Ding ist stärker wie Bartenderless. Das Ding hat 679... Ihr habt doch einen Schlag. Das ist ein Scherz, hoffe ich doch. Ich hoffe, das ist ganz ehrlich. Der macht so eklig Schaden. Ja, allein werde ich den Gegner niemals in Schock versetzen können. Aquaga. Na, freilich. Ihr führt noch Imba-Angriffe aus. Warum denn nicht Gemachga? Aber sonst ist alles in Ordnung. Okay, ich brauche hier nicht Grüner Trilliv. Ich brauche hier Lebenssinfonie, weil sonst bin ich tot. Das ist brauche ich Blitzschlag. So, Blitzschlag am Arsch. Das ist brauche ich Lebenssinfonie. Okay. Das würde be hard. Das ist brauche ich Blitzschlag. Das ist brauche ich Lebenssinfonie. So, jetzt brauche ich Instant-Death-Spikes. Oh, mein fucking goodness. Okay, das könnte dauern. Ja, das kann richtig dauern jetzt. Morbiga. Na, ist logisch. Warum nicht? Ist klasse. Also, wie gesagt. Der Kampf wird sich ziehen. Pein gar. Nein, du wirst jetzt kein Pein einsetzen. Also, ich denke, wir schaffen ihn. Aber ich denke, ich sollte jetzt vielleicht erstmal einen Cut machen.